Das Stück unserer Lösung und eines Dokumentmanagementsystems ist schlicht und ergreifend die Suche. Wir haben eben schon kurz gesehen, wie Sie einen Begriff eingeben können in der Suche. Wir möchten jetzt mal auf die erweiterte Suche eingehen, denn dort haben Sie noch viel mehr Möglichkeiten. Sie können den Suchbegriff, den wir vorhin hatten, auch hier eingeben und nach einem Dokument einer Datei suchen. Wir arbeiten aber mit Kategorien. Wir haben das eben gesehen. Wir haben die Kundenschadens- und Vertragsakten. Wir haben aber auch verschiedene Eigenschaften, die wir in Dokumenten mitgeben können. Und danach können wir filtern. Wenn wir jetzt beispielsweise nach der Kategorie Kunden filtern, dann sehen wir in den Eigenschaften, wir unterscheiden zwischen allgemein und erweitert, dass wir dann die Möglichkeit haben, noch unsere Suche zu verfeinern. So sehe ich zum Beispiel beim Suchergebnis beim Kunde, habe ich unterschiedliche Postleitzahlengebiete, ich habe unterschiedliche Besitzer, die ich auswählen kann, um so meine Suche stetig zu verfeinern. Denn wir sehen jetzt anhand der Ergebnisse oben rechts, es sind zehn Ergebnisse in meiner Trefferliste. Das ist überschaubar. Ich habe es eben gesagt, unsere Kunden haben teilweise Millionen Dokumente in einem Dokumentenmanagementsystem, weshalb es durchaus Sinn macht, die Suche dann auch in dem Fall zu verfeinern und weitere Kriterien einzugeben. Wir geben jetzt hier einfach mal den Florian ein, wir haben noch die Kategorie Kunde geöffnet. Und wenn wir wirklich nur noch ein Suchergebnis haben, dann sehen Sie, dass die Inhalte dessen werden dann auch schon ausgegraut angezeigt. Da nicht wundern, unser Kunde heißt Florian Breuer und ein Kollege von mir auch, das heißt der Besitzer dieser Akte nennt sich auch Florian Breuer, ist vielleicht etwas verwirrend, ist aber dem geschuldet, dass wir die Demo-Umgebung so aufgebaut haben. Wenn wir jetzt auf die Akte des Florian Breuer sichten, dann sehen wir genau das, was wir nämlich vorhin auch schon gesehen haben. Das heißt, je nachdem, wie ich die Suche nutze, komme ich immer zu dem Ergebnis, wie ich es brauche. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, eine Suche zu speichern, um mir verschiedene Favoriten abzulegen, beziehungsweise